So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Ankündigung. Heute Abend um 18 Uhr geht's mal wieder richtig in die Folgen auf meinem Twitch-Kanal. Alles steht heute im Zeichen des Pizzaroulette-Gottes. Ja, wir wollen heute Abend mal wieder eine richtig dicke Runde Pizzaroulette spielen. Die neuen Subscribe-Emoticons sind mittlerweile auch beantragt. Vielleicht sind die heute Abend auch eingetroffen und, 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 und. Also seid dabei, schaltet ein und wir bereiten uns auf das Team of the Year vor. Bis dahin, euer Han.